Steig mit ein, sei dabei, wenn wir Cruisen fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind Verrückte und tun Dinge, die sonst keiner tut. Das ist unsere Tunis-Szene. Wir haben Benzin im Blut. So, Partypeople, da sind wir wieder. Heute machen wir mal anders. Heute bin ich am Start, er am Start, sie am Start, es am Start und du am Start. Ja, die Partypeople sind alle wieder am Start, 3-2-1, so Partyup, wir fahren gegen ein neues Stunt-Rennen, Stunt-Bee-Hive, ja, links, rechts, in den links, rechts, wow, da ist schon mal Moab, Moab ist auch am Start, Tobi ist da, ja, wie immer, mittlerweile, dann, ah, Fischstoßer, machen wir mit dabei, den Brülli, ich, ne, genau ich. Hopp, da bist du ich. Wow, baby, wow, noch ein Baby. Aber treibt ihr hier? Und es sind noch ein paar andere hier von, oh, aus dem Playstation-Network, hier in der zum Beispiel, diese komischen Pinden und Namen zu reden. Alter, wenn du keinen Namen hast, kann ich dir auch nicht vorstellen. Also da heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tobi! Nein, Tobi hat er bestimmt nicht. Ja, und wir haben noch ein Integrat B1 jetzt, was auch immer das sein wird, sei mir willkommen. Jetzt weiß ich, oh, ich stehe da gleich, hallo, Alter, ich bin doch keine Biene hier. Was geht ab? Ich und meine Zeit, ich habe einen Schass. Da war ein DJ sehr bekannt, wow, leck mich am Arsch. Und dem sprach alles weit und breit. Und dieser DJ, den ich meine, der fällst dann trennen. Ja! Juhu! Alter, was geht ab hier? Oh, 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 Spirale, wow, nice, wow, ja, ha, 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 geil. Geiles Rennen, geiles Rennen, was war's? Oh, nur meine Wetzeljahre krieg ich mir gerade wieder. Scheiße, oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha Das ist einfach nur die Pfeilrichtung. Ja, wenn zwei sich rammeln, freut sich der DJ. Irgendwann ist er wieder hinter mir. Bin ich gerade schon rechts gewesen? Wenn man links fahren soll. Ich glaube, das ist das gleiche, oder? Oh, 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 oh. Nee, ist doch nicht das gleiche. Da geht ja nur eine Röhre rauf. Nein, ich hasse da voll gegen dieses Teil. Guck mal, wann ist das? Nee, nee, wir fahren die Röhre runter. Hä? Ich fahr gleich mal links die nächste Runde. Wenn ich mein Ding. Gib mal Gas da, Mann! Wuhu! Fahr! Alter, was ist los? Sechster Gang kaputt, oder was? Wow, Achtung, Scheiße! Ah, ah! Ich fahr gleich auf dich drauf da. Oder auch nicht? Boah, bist gerade verdammt langsam hier! Ich muss immer dran vorbei, da geht immer klar. Ey, vorbei sag ich! Oh, oh! Alter! Hör mal Propelle ein wenig hier! Lass mich doch mal! Oh, 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 oh! Ich flieg raus, ich flieg raus! Alter, du bist so irre, oder was hier? Ich bin dran vorbei! Boah, wie ein Saft drauf hier! Speed meine ich! Leck mich fett, ey! Schon wieder! Oh, nee! Der dreht sich, der dreht sich! Warum? Wo bin ich jetzt? Dritter! Wo kommt der denn jetzt her? Wow! Wow! Oh, ich krieg wieder voll Speed drauf hier! Ich weiß nicht warum! Wow! Baby! Oh! Sorry! Hab ich den runtergeschmissen? Ich weiß nicht! Sorry! Sorry! Da war nie viel Absicht! Ich konnte hier anders! Ich konnte hier anders! Das liegt in meiner Natur! Ich fahr grad voll! Ich krieg wieder Wechseljahre! Wahnsinnig! So, wir fahren jetzt! Ich wollte eigentlich links fahren, aber ist auch egal! Ja! So! Mal gucken, ob die Röhre anders ist! Vielleicht ist sie ja schöner! Ne, ist genauso! Hab ich es mir eigentlich gedacht! Ich glaub der Übergang ist besser hier! Das ist ein schönes Rennen! Also, kann man nicht meckern! Ein bisschen schwarz-gelb! Aber ich glaub, dann hab ich nur Ansicht, ne? Also, liebe YouTuber! Wenn ihr jetzt guckt, es ist kein BVB-Rennen! Es soll ein Bienenrennen sein! Hab ich das gewusst, der hat natürlich ein schwarz-gelbes Auto genommen, was ich nicht besitze! Aber ich glaub! Alter! Jetzt hol ich ihn weg! Jetzt ist mir scheißegal hier! Doch, und jetzt Gas-DJ! Gas-DJ! Der ist Gewinze! Zähne im Ohr ab ab! Dritte Runde, Alter! Komm! Komm! Liegt er nur an dir! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Der kommt da angefäffert! Der kommt da angefäffert! Der kommt da angefäffert! Ja! Digger! Der hält doch! Guck dir da da! Guck dir da da! Guck dir da da! Guck dir da da! Alter! Im Leben nicht! Im Leben nicht! Ich überhol dich im Looping! Wow! Komm! Der hat schon wieder mein Wincher! Komm, 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 schaffst du, schaffst du, DJ, schaffst du, streng die mal an, gib mal Gas, tu mal was für dein, äh, für dein, nein, äh, was mach ich denn? Ah, für meine Wechseljahre hier. Baby, durch. Haha, nee. Alter, ist nicht wahr hier, ist nicht dein Ernst, ey. Oh no, 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 no. Ja, mach kaputt. Ich spiel nicht mehr, ich bin offline, Mann. Echt? Schade. Ist der zu euch, Javier? Wer bist du denn? Au, au. Au, du im Sau. Den Namen war ich selber schon. In Kurve zwängen genommen, oh, Mann, du, Jürgen, du willst mal mehr 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 meinen dritten Platz. Hey, will da nicht rein? So. Kannst du das machen? Will trotzdem nicht. Bei Tobi. Ja, ja, ich war, war irgendwie schlecht hin. Jetzt bin ich mal beleidigt, ich bin so gut gefahren, und da war die Bahn zu Ende. Wieso geht meine Musik nicht mehr? Ich wollte Holz hören. Ja, du mit deinem Holz. Scheiß, rennen, dann löschen wieder. Nein, rennen ist geil, rennen ist geil, war geil, hat Spaß gemacht. Ah, war mal ein geiles Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Congratulations, German Moab. Schon wieder. Oh, guck mal, der PIN-Code hat die schnellste Runde gefahren. Tschöö. Ich bin kurz. Ja, dieser 1, 2, 3, hast du nie gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Wo ist dieser Tag geblieben? Keine Ahnung wird das. Geht schlecht. Guck mal, die beiden Hacker stehen schon mal hinten, da passt. So, Artucke, Tobi, Moach, Fischdose und meine Batterie. Du hast schon Kontrolle, ist fast leer. Scheiße. Oh, jetzt 2 gegen 2. Guck mal hinter dir. Wo ist er? Ich hab's nie gesehen, ich hab zu spät dahin gekuckt. Ah, schade, 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 aber da kommt der nächste. Ah, zu spät, schade. Ich hab eine eigene Rettbahn, warum? Warum wir beide, ey? Ich wollte, irgendjemand anders. Ist ja doch schnell, warum mit? Alter, wie schnell bist du? Ich glaub mich doch nicht da, ey. Ich hab ein Déjà-vu, ich hab die gerade gesehen in dieser Strecke. Ja, das ist geil, ich find die geil. Ich wollte eigentlich gerade irgendjemand was sagen. Soll ich nach rechts oder nach links fahren? Ach nee, in der Mitte, nein. Ja, feine Mitte, feine Mitte, feine Mitte, feine Mitte. Nein, 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 nein. Was hast du auch... Was hast du auch... Jedenfalls schreckt die mich hier. Alter, ist das doch... Oh, wie schaff ich das jetzt nochmal, ey? Das hast du auch vom Rahmen im Video gesagt. Du hast den nächsten Mal in der Mitte. Ja! Kommt der WarRide. In the mix, party, pippere party, nein, komm! Scheiße, ich will raus. Leck mich am Arsch. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Im Wasser. Ich bin bei Tori. Hallo, Tori. Nein, im Wasser. Nein, im Wasser. Nein, im Wasser. Nein, im Wasser. Röhre. Weiter geht's. Im Video hab ich doch beim ersten Mal geschafft, ey. Scheiße. Schau wieder im Wasser. Was ist denn hier los? Weiß ich nicht. Wolltst du dein Auto waschen? Du bist doch ein Fisch, ey. Dann kann ich doch bei uns laufen. Sorry. Aber du bist ja ein Fisch, ne? Ach kein Problem. Ich hab dann auch Fisch-Dosen-Sprüche gekriegt. Ich hab nicht Dosen gesagt. Ich hab nur gesagt, du bist ein Fisch. Das passt an, dass du ein Wasser bist. Ja, das sagt meine Freundin auch immer zu mir. Ich hab nicht mehr. Brüllmückenproduktion. Ich hab keine Fisch-Dosen in Teil 3. Alter! So hoch wollen die nicht. Scheiße. Scheiße. Scheiße! Wo muss ich jetzt hin? Wieso seid ihr alle so weit vorne? Weiß ich nicht, wo ist denn vorne? Da wo hinten ist. Ja, fuck! Ich hab den Punkt schon gesehen und er haut den Tobi mich weg. Wo ist er jetzt? Alter, ist das geil hier! Ist das geil hier! Mach eine Party! Mach eine Party! Ich weiß gar nicht, wo ich den muss hin. Wow! Nein, ich verschaue mich. Das ist so farbierend. Das ist so im Arsch. Der kam hier mal abgerast. In Vollspeed. Ich denk mal, ich! Wo ist der Checkpoint hin? Achtung! Jetzt hab ich einen erwischt! Wow! Ich könnte dir vorstellen, hier bin ich 30 Mann drin. Boah! Alter, da wird doch die Hölle, ey! Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß nicht, wo die Gardiner ist. Ich rutsche gerade. Ich rutsche gerade. Ey, wir überholen mich hier. Wahnsinn, ich bin zweiter. Was ist das denn? Ich fahr hier einfach nur rum. Alter, ich bin hier raus! Ey, wo ist denn diese Scheißdinge jetzt, ey? Ja, gewonnen? Nein! Ich bin nicht. Ich falle raus. Ich falle. Oh, da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Nein! Ja! Da ist er. Hier ganz unten. Glaubst du nicht? Ich bin auch durch. Ich bin auch durch. Ja! Dann kommen wir auch ins Ziel, ne? Alles klar. Ich war ja zu sein Erster und habe diesen Einschaltgeschick-Polter nicht gefunden, ey. Ja! So eine Kacke, also eine Kacke. Das hat sich, glaube ich, bestätigt. Ja! Das sieht so aus. Die nächste Runde gewinnt man nicht. Wie viel nächster Runde, ey, ey! Oh, Tobi will wieder weiterfahren. Da gibt wieder eine lange Aufnahmeschicht heute. Ja! DJ hat mal verloren! Letzter! Schön! Wir sehen uns morgen! Auf Wiedersehen! Tschüss! Mann! Ich hab keinen Bock mehr, ey!